Ich bin R2D2, willkommen in Brolin. Wir schauen, was die anderen Roboter machen. Wir schauen, was die anderen Roboter machen. Wir schauen, was die anderen Roboter machen. Sprich bitte laut, weil unser Beat einfach ein haut. Wir schauen, was die anderen Roboter machen. 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 Wir schauen, wie es dieses Stück verdient hat. Dass wir das gemeinsam zum Fliegen bringen und heute hier eine wichtige Marke in Rostock setzen. Es ist schon sehr voll. Es ist schon einiges los da draußen. Und deshalb sage ich jetzt in alter Theatertradition. Toi, Toi, Toi! Schreibt mir dann! Und dann habe ich hier noch so einen Rücken. Hooray! Toi! 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 Wo! Toi! Toi! Die UV-Lichter, das fand ich eine ganz schöne Idee. Am meisten gefallen hat mir das alles zusammen gepostet. Weißt du, beim Lichtton und die ganze Show, die waren auf dem Punkt. Das fand ich echt toll. Ich fand es total schön. Das war wirklich super. Auf jeden Fall fand es geil mit den schwarzen Lichtfarben. Ich fand es total geil. Die Musik, alles, war total toll. Das war geil. Oh, gerade verbeugt. Oh, die Farbe. Da gehen wir da. Von nach vorne, los. Oh. Oh, dieche. Untertitelung des ZDF, 2020